Es ist eigentlich die älteste Geschichte, die es in der Komödie gibt. Ein alter Mann will eine junge Frau heiraten. Darum spinnt sich eine Intrige, die ihm quasi beweist, dass er eigentlich zu alt ist für diese junge Frau. Mir geht es sehr um diese Tradition des Stoffs. Das Sujet, alter Mann, junge Frau, ist eigentlich der Stoff der quasi ersten Komödie, also sagen wir mal der italienischen Komödie, die von der Commedia dell'arte bis ins 19. Jahrhundert getragen wurde. Musik Also was ich an der Musik sehr schön finde, ist, dass es eigentlich nochmal quasi eine Fortsetzung von Mozart ist, was vor allem die Ensembles angeht. Große, lange Ensembles, die unglaublichen Witz haben. Also eigentlich auch eine große Romantik in sich trägt. Musik Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020